Seid gegrüßt Gaming Freunde für eine weitere Folge von Sleeping Dogs Definitive Edition. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier in den Bam Bam Club. So geht es hier um der neue Bus. Okay, was ist hier aufgesprungen? Der Trioden Highway. Okay, das schauen wir uns später mal an. So, mal sehen, der neue Bus. Wir müssen etwas über das machen. Shut the fuck up, Jackie. Wir müssen denken. Du musst denken. Hey, Koman! Hey, Koman! Shut up! Both of you! Winston ist weg. Jetzt müssen wir uns zusammenhalten. Wir können nicht die 18K machen. Was macht ihr so sicher ist 18K? Wir alle sahen. Sie waren definitiv 18K. Auch Jackie weiß das. Sie denken. 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 Aber ich werde herausfinden. Und wer bist du? Ich bin hier für Mr. Lee. Ich denke. Sie hören. Sie hören. Er ist ein Son-Oni-Boss. Red Bull. Wie Winston. Okay. Was können wir für Mr. Lee? Er hat entschieden, dass für den Zeitpunkt, Sie werden in dieser Bereich weitergehen können. Aber die Zahlung von Winston zu verdienten wird jetzt an Mr. Lee. Das ist eine interessante Frage. Aber ich habe ein Unteroffer von Mr. Lee. Ich würde es empfehlen, wenn Sie das zurückgelegt haben, Wort für Wort. Kannst du das tun? Sie sagen, dass Mr. Lee, dass seine Leute weggekommen aus unserer Landwirtschaft und in der Rückkehr, wir lassen ihn leben. Ich glaube, Sie finden das Anbieter zu sein. Ich glaube, Sie finden das Anbieter zu sein. Ich glaube, Sie finden das nicht so schuldig. Ich glaube, Sie finden das Anbieter. Sie sehen, dass er nicht verloren ist. Sie werden das Anbieter nicht verletzt. Sie werden das nicht verletzt. Ich versuchte Ihnen das. Ich versuchte Ihnen das. Bekau! Ich will sie töten! Ich bin nicht informantrankt. Sie haben einen Fakt... Birne� commence mal! Wir werden das ein あるasten plastik. Maschinen, bin ich. Ich bin der ich hier. Ich bin der, ich bin der Namm. Ich bin der, ich bin der. Hatschen! Vorsicht, ich bin der. Ich bin der. Ich bin der, du hast ihn wie hier. Ich bin der, ich bin der. Ich zieh ihn her. Ich fangen mal an. Wir haben uns hier. Ich bin der, ich bin der, ich bin der. Der Mann war doch nicht. Der Mann war doch nicht! Der Mann war doch nicht! Was für seine Mannschaft war? Das war eine Scheisse. Der Mann war doch gleich! Die sind so gut. Die sind so gut. Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Wie ist das? Geh, 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 Geh! Geh! Geh, Geh, Geh! 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 Geh... W Geh, Geh! Geh, Geh! Gehe! 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 Sie sind wir! Gehe! Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Er ist er. Der Mann ist der Mann. Er ist er. Er ist er. Er ist der Mann. Er ist der Mann. Zeignefs sie. Er ist der Mann! Kannst du ihn aus? Er ist der Mann. Er ist der Mann. Ja, er wird der Mann! Sie sind in der Karte! Auf der Seite! Auf der Seite! Oh, dort ist noch ein, oder? Take him out! Ah, der andere eine! Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Ja, lass ihn weg, Mann! Keine Ponytail nicht weg! Keine Ponytail nicht! Komm, komm! Komm! Stop! Ow, meine Psyche! Ich habe gerade eine Panicare. Move, move! Das ist nicht weg, Mann! Du bist nicht weg, Mann! Oh! Oh! Du bist weg! Das ist weg, Mann! Du bist weg, Mann! Ah, ich sitke, Yulia! Ich werde dich verletzen. Yulia, du willst du steh, Pussy? Ah, das kann ich nicht mal in den Mund um die Werfen. Kann ich nicht. Fuck you, eh? Das ist der Ende. Damn it! You underrest! Get down! No wheels and running! HKPD! Ah, shit. Just what I needed. Put your hands in the air and me! Now! Now! HKPD! You underrest! Get in! Get in! What the hell? Who the fuck are you guys? Change your tone, Shen. Miss Yang is a Red Pole. And she just saved your life. Miss Zhang? Broken-nosed Zhang? My apologies, Madam Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Li alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Na, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. But, with Uncle Poe in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Li represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi forward. But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Li unaided. Which brings me to you. Na, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Li's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. We are back, Wei Shen. We will talk soon. 95 Bliraine Ich habe mich eher ein bisschen ziemlich wie ein Anfänger benommen, aber es war nicht immer einfach für uns mit den Zielen funktioniert es nicht so gut in diesem Spiel. Aber nun ja, dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.